Kurzer Disclaimer, es handelt sich hierbei um ein Video aus früheren Zeiten, das ich nie gepostet habe. Nun wollte ich vor kurzem genau solch ein Video aufnehmen, bis ich mich an dieses Video erinnerte. Also seht ihr hier ein Video mit gleichem Inhalt, aber Altertechnik und auch meine Art hat sich seitdem etwas verändert. Salam und hallo allerseits. Heute möchte ich euch vier Bücher empfehlen für das Thema Kennenlernen, Heirat, Ehe und Familie. Ich beginne mit einem Buch von Ayatollah Ibrahim Amini und zwar auf das Liebe und Gnade zwischen euch sei. In diesem Buch wird ausführlich auf die Aufgaben der Frau und des Mannes in der Ehe eingegangen und zwar Punkt für Punkt, also wirklich sehr, sehr ausführlich. Er geht da auf jede einzelne Sache ein, zum Beispiel sei ihm Halt und Trost, interessiere dich für niemanden als nur für deinen Mann. Bei der Frau, das sind nur zwei Punkte von etlichen und bei dem Mann, Verantwortlicher der Familie, Verständnis und Trost, über sie Entgleisungen, gib auf sie Acht. Das sind immer so kleine Punkte des Inhaltsverzeichnisses und darauf wird sehr ausführlich nochmal im Buch eingegangen. Das ist ein sehr schönes Buch für Heiratende oder auch schon Verheiratete. Das zweite Buch, das ich euch empfehlen möchte, ist Fatima Sahra Aleyhisselam. In diesem Buch geht es um das komplette Leben von Sayyada Fatima, aber unter anderem auch, wie sie und Imam Ali zueinander gefunden haben, wie ihre Mahir, ihre Ehe, ihre Heirat, ihre Hochzeit, ihr kompletter Haushalt, wie das alles war. Und da sie zu den vier besten Frauen gehört, müssen wir sie als Vorbild sehen. Darum ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Drittes Buch ist Ehe und Familie von Ayatollah Reza Ramazani. Und dieses Buch ist auch wirklich sehr ausführlich. Ich habe auch schon Videos zum Kennenlernen, worauf eine Frau achten sollte bei ihrem Mann und zu dem Heirats, also zu dem Kennenlernprozess an sich. Da habe ich auch Teile aus diesem Buch gelesen und mit eingebracht. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert für alle, die heiraten wollen oder verheiratet sind. Und das vierte und letzte Buch, das ich euch empfehlen möchte, ist Das Paradies der Ehe von Imam Khamenei. In diesem Buch geht es auch ausführlich um all diese Punkte, also um die Brautgabe und um die Empfehlungen, auch um die Mahnungen und um die Ehe an sich. Und das sind wirklich vier Bücher, die kann ich euch nur empfehlen, nur ans Herz legen. Hoppala. So, diese vier. Für alle, die wirklich sich für diesen Themenbereich interessieren, vielleicht in diesem Punkt gerade stecken, wo sie sagen, komm, ich möchte noch ein bisschen mehr darüber herausfinden, mehr darüber lesen, mehr darüber erfahren. Und genau, ich kann die euch gerne auch nochmal unten in der Infobox verlinken. Und ich wünsche euch alles Gute auf diesem Weg. Bis bald. Tschüss und Salam. Tschüss und Salam. Vielen Dank.